Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Entschuldigt. Ja, wir müssen jetzt das Ritual durchführen mit Sioras Mutter. Wir hatten ja ihren Leichnam bekommen, um sie der Erde zurückzugeben. Und nun treffen wir uns, glaube ich, mit der Schwester von Siora. Sie lieben ihre Lieben hier. Sie sagten, dass es dankz zu Ihnen und der Renagze legate. Dank Sie. Wir werden wir able zu payen Hommage zu unserer Mutter. Warum sind die Mindshakers hier, Sjölt? Ich meine zu erzählen Sie über das. Sie kam, zu sagen, dass unsere Mutter hat eine Agreement mit Telemä. Aber Mater hat nicht gesagt, dass sie mir nicht gesagt hat. Sie sagte nichts zu mir, oder? Ich bin nicht das, Sjölt. Diese Leute wollen uns wegnehmen von der Land. Ich weiß, aber wir brauchen Hilfe nach der Defeat. Und sie sagen, dass sie eine Promise gemacht hat in stone. Die Spirits der Leute von unserer Village haben zu gehen und in exchange, sie helfen uns gegen die Lions. Das ist unmöglich. Hm. Okay. Können wir mit Eselt noch reden? Dann nicht. Vielleicht könnte man das machen, wenn Cioran nicht da wäre. So, im Stein gemeißelt. Ich habe da so eine Ahnung. Linderneuer trifft dich mit dem Gewerneur der Brückenallianz. Genau, jetzt haben wir das weg. Was habe ich denn? Genau, ich muss mich da noch mit jemandem treffen. Upsala. Ach, mein Gott. So, jetzt hier. Genau, die verfolgen wir jetzt. Dafür müssen wir hier hin. Zum Hafenviertel. Gut. Reisen wir. So, wir müssen wieder warten. Ach ja, ich habe die Begleiterquist ja jetzt weg. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch Veskus annehmen. Vielleicht muss ich gerade nochmal was nachgucken. Immer wenn das stockt, habe ich Angst, dass die Aufnahme abbricht. Ich bin schon total vorbelastet. Sorry, I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. Ja. All right, Vasco. Let's go see Lady Lorene Morange. So, Petrus packen wir weg oder Siora? So, wir packen mal Petrus weg. Ne, wir packen Siora weg. Ja. Machen wir das mal so. Gut. Befrage Lady Morange. Ähm. Dafür muss ich einmal zur... Jetzt ist Vasco's Familientreffen, ne? Ja. Gut. Jetzt sind wir wahrscheinlich zu weit gereist. Okay. Nee, wir müssen befragen Lady Morange. Wo ist sie denn? Ich hatte jetzt gedacht, die wäre in San Mateos. Aber ich habe mich wo geirrt. Hier werden wenigstens keine Bestien verbrannt. So, hier müsste das... Ja, hier müsste das sein. Sie geht einfach rein, ohne anzuklopfen, ne? Ach ja, die andere... Äh, hier die vorherige Gouverneurin. Äh, äh, äh. Die Darcy's first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful. But I seem to recall that since then the son has found a competent associate who's been working here for a long time. Perfect. Could you tell us where to find her? Of course. Ask for a Madame Clerk near the warehouses on the port. That's where she normally is. I hope the Darcys are not in trouble. Do not worry, Madame. Their name was simply mentioned in some business discussions. We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own opinion. Well, thank you for your help, Madame. Can I help you with any other matter? Nö. My lady, I have to go. Goodbye. Jetzt müssen wir wieder zurück zum Lafenviertel. Also der Sohn. Also Vascos Bruder. Den treffen wir jetzt gleich. Ob die beiden sich wirklich sehr ähnlich sehen? Ach, guck mal. Wie praktisch. Oh, so gar nicht, oder? Ach nee, das ist Madame Clerk. Holden im in high regard. Listen, my relationship with my associate is no one else's concern. And if you didn't come to do business, well... Mmm... We must find him. This man you can see by my side is his brother. Do not insult my intelligence. I know that the Darcys only have one son, alas. You can see the Nort tattoos on his face, can't you? And a merchant like you must surely know about the Nort's recruiting process. So it is true. The Darcys gave away one of their children. I find it hard to believe. He was supposed to go to Hikmet to deal with one of our clients. But I didn't receive any news from him after his departure. And given his tendency to get himself into impossible situations, I didn't try to get any. Who is this client? His name is Farat. You'll find him in the Alchemist district. I'll write this down. You think something may have happened to him there? His mission wasn't very complicated. He had to pay for a valuable shipment and take charge of it. But with Bastion, anything is possible. Thank you, Madam. Wo müssen wir jetzt hin? Nach Hikmet? Okay. Ich weiß zwar nicht, wo das jetzt ist, aber... Ich glaube, das ist eine ganz andere Richtung, oder? Ja. Ach, jetzt gehen wir auch mal hier raus. Guck mal einer an. Schön, schön, schön. Da ist wieder unser Händler, aber wir laufen lieber. Wohl einmal fahre ich schon mit dem Händler. Guck mal, man kann die Schiffe sehen. Ach komm, grafisch ist es doch wirklich ein Träumchen. Definitiv. Ich mag die Details. Die Details, meine ich. Schon wieder so ein Vogel. Ach, RT und A. Aber man kann definitiv auch schießen und so. Also das ist wirklich möglich. Und wir müssen hier, ich glaube, da müssen wir sowieso hin, wegen diesem einem Ding da. Da wollte doch noch einer mit uns da reden, mit seinem... Ach, ihr wisst, was ich meine. Triff dich mit Ulan, den Häuptling von Biknami, begib dich zur alten Mine von Lady Morange gesprochen hat. Und triff dich mit dem Gouverneur der Brückenallianz im Farking nach dem Malikor. Ah, haben wir alles... Können wir alles da erledigen? Das ist doch super. Klasse. Zwölf Stunden erstmal unterwegs. Ist ja nichts. Dann würde ich jetzt aber gerne tauschen. Denn ich würde gerne anstatt Petrus... Uff, oder? Würde ich gerne Siora haben. Ach, kann man mit Siora jetzt eigentlich noch reden? Sie spricht uns auf jeden Fall schon mal anders an. Wie sie sich nach dem Verlust ihrer Mutter fühlt. Ich bin sorry, was zu Ihrer Mutter passiert. Wie fühlst du dich? Unwell? Ich bin wunderschön. Und ich fühle mich ein enormes Verlust in mir. Ich schäme mich, dass ich nicht auf diesem Bordfeld war. Ihr sagen, dass du sie verstehst. Erzähl ihr davon, wie du Abschied von deiner Mutter nehmen musstest. Ihr sagen, dass sie nicht mit sich hadern soll. Ja, das ist aber... Na komm. Erzähl ihr davon, wie du Abschied von deiner Mutter nehmen musstest. Ich verstehe. Ich verstehe. Meine Mutter hatte den Malachor. Und ich musste sie hinterlassen, als sie auf der Tür war. Ich kann nicht helfen, dass ich bei ihr zu sein sollte. Wie du. Und du hast nichts gemacht, um sie zu schützen. Ob sie Freunde hat, die sie unterstützen könnten. Wir sagen, dass du für sie da bist, wenn sie reden möchte. Oder sie fragen, ob ihr noch jemand da steht. Wir sagen, dass du für sie da bist, wenn sie reden möchte. Oh, das ist so süß. Das ist süß. Ach, war richtig. Hier ist irgendein... Achso, die Tiere hier. Erledigt. Schön, 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 schön. Ja, aber um diese Ruine kümmern wir uns gleich. Wir gehen jetzt erst hier hin. Ja, müssen wir jetzt aber noch nicht. Wir müssen jetzt erst hier lang. Denk leuchtet noch was? Ah, man kann schon wieder so... Oh, jetzt probiert er. Oh, holla. Ich hab's jetzt mal ausprobiert. Ah, okay, die kann man dann auch plündern und so. Okay, cool. Hier müssen wir eigentlich hin. Da ist auf jeden Fall schon mal der Händler. Ist das schon wieder irgendwas? Ich hab das Gefühl, als wenn hier irgendwas wäre. Ich weiß auch nicht. Und so, wir müssen hier hin. Und da müssen wir auch den Gouverneur der Brückenallianz auch gleichzeitig treffen. Schön, 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 schön. Haben wir mit ihm eigentlich schon geredet? Ja, ne? Definitiv haben wir schon. Wie die Zeit rumgeht, ey. Immer dich so weh, Jäger. Warum nur? Mal geht's zur Brückenallianz. Will ich mir frech behaupten, was ist das denn da für ein Tier? Die sind neu. Oh, die sind neu, glaub ich. Oder hab ich sowas schon mal gesehen? Oh, fuck. Ich hab die Straupe aufgepasst. Scheiße. Ups, oder? Was hab ich noch? Licht. Also noch mehr von den Viechern. Okay, die sind schon wieder ein bisschen anspruchsvoller. Hier ist schon wieder der Händler. Ne, ist ein Käfig. Mal ein bisschen hier lang. Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Mit niemandem im Käfig drinne. Und da ist die andere Stadt. Die auch nicht gerade hübsch aussieht. Schon wieder ein Lager gefunden. Hö, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber das freut mich immer so richtig. Also ich hab richtig Spaß bei dem Spiel. Auch wenn das vielleicht für manche nicht so wirkt. Aber ich bin echt so richtig in Nostalgie. Ich mein, ich hab die Gothic-Reihe nie gespielt. Oder Risen. Gibt's ja auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hab, also ich merke, ich hab mal reingeschaut. Ich hab so ein paar Let's Place gesehen. Und ich finde, dass das wirklich Ähnlichkeit hat. Aber noch mehr, finde ich, hat diese ganze Sache Ähnlichkeit betragen. So diese ganze, mit den, ach. Und dann ist da noch so ein Mix zwischen Dragon Age und Witcher. Und also, die haben wirklich aus vier Spielen das Beste rausgeholt. Ach, guck mal hier. Oh. Die können ja auch lieb sein. Der ist schon reisefertig. Ja, hab ich jetzt gerade dazwischen gelabert, entschuldigt. Ich meinte gerade, wir brauchen einen Titel, um da reinzukommen. Ah, ich kann ein Schlüppchen trinken. Statt Heatmet. Ist ein bisschen südlich angehaucht, ne? Hier mit den ganzen Turbanen und so. Also südlich. Östlich. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss da runter. Ich erledige jetzt irgendwie erst die Aufgabe für Vasco. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, damit das Spiel hinterher kommt beim Laden. Ich möchte nicht riskieren, die Aufnahme zu verlieren. Sonst wüsste ich das jetzt gleich alles nochmal von neu spielen. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. gerade mal alles ein bisschen langsamer. Oh, guck mal da. Ach, da müssen wir sogar rein. Hier sieht's aus. Ich sollte doch hier rein. Ah, ich muss nach oben. Oh, diese Tapeten. Ich bin mal gespannt, ob die sie hier nicht aussehen. Hallo, Herr. Wie so? Okay, jetzt sollen wir die Papiere durchsuchen. Wo sind die denn? Unten? Ja, unten. What do you do here exactly? I create and prepare complex potions. Not simple health potions, but far more subtle things. Und, if I'm not mistaken, things are not going the way you would want them to. The Boss has always been difficult, but ever since he got ripped off, it has been a living hell. I work using leftovers thrown away by all the other alchemists, while listening to him screaming at me and everyone else all day. This is no way to live. Und was hat dein Boss gemacht? Und was hat dein Boss gemacht? Und was hat dein Boss gemacht? Wenn du auf eine Entschädigung von seiner Familie warten würdest. Die Korrespondenz mit dem Kontinent ist ziemlich schleppend, aber es gibt andere Lösungen. Schuldeintreiber könnten dir vielleicht helfen. Ich hoffe, dass es dir gelingen wird, dieses Problem bald zu lösen. Schuldeintreiber. Wir müssen jetzt hier gerade auch noch was eintreiben und nochmal mit dir reden. Aber du hast ein paar Körpers, aber du hast ein paar Körpers gesagt. Ich glaube, dass der Gouverneur würde sagen. Du willst uns zu erzählen ihm über das? Nein. Aber bitte, verstehe mich. Die Darcy-Familie ist auf dem Kontinent. Es wird für Monate für sie zu reagieren. Ich meine, ich kann es verstehen. Okay, natürlich, klar, mit dem Geld und so. Aber wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, das alles rechtens irgendwie zu meistern, warum sollte man dann... Warum sollte man dann so einen Weg gehen mit irgendwelchen Schuldeintreibern? Ich kenne mich hier absolut nicht aus. Aber ich denke mal, dass ich richtig laufe. Nee. Absolut nicht. Ich muss hier hoch. War schon wieder so ein Tränkeladen. Ich habe meine Behausung gefunden. Ja, wo... Hä? Ich habe jetzt einmal im Kreis gelaufen? Oh, ich muss eh Schluss machen. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.